so freunde ich habe mir jetzt noch gelb angerührt habe die farben was ich noch vom letzten video hatte etwas dünner angerührt und zwar neples yellow also neapel geld dunkel königsblau patrol und kupfer habe hier noch ein becher ich glaube den brauche ich noch zeigen euch aber nachher füllen jetzt einfach mal eine gelbe grundfläche versuche mir noch etwas übrig zu lassen wenn es reicht lasst das dieses mal ab jetzt schön bis an die kanten laufen sicher ist sicher und du schaffst das ihr merkt immer wenn schon diese triller kommen dann wird es eng mit der farbe aber ich habe das ja wir schaffen das voll reingelangt ok schauen wir dass wir soweit überall gelb haben auch an die kante auch wieder mit diesem medium glänzend angerührt so jetzt muss ich kurz mal ich wollte nämlich kurz etwas die bläschen ausmachen so ich wollte schon sagen alles ohne silikon also jetzt auf jeden fall ohne silikon vielleicht vielleicht mache ich noch etwas aber ich lasse es mal auf mich zukommen was ich jetzt machen möchte bisschen mit dem fön verpusten es ist so genannte dutch pur so ihr seht es ist schon recht dünnflüssig und das blau ich mache jetzt aber auch nichts außen rum so wie es von anderen kennt weil sie noch etwas gelb drauf ganz normal erfüllen jetzt versuchen wir das ein bisschen zu verpusten so 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 das sollte mir jetzt eigentlich nur als grundfläche dienen so jetzt habe ich was vor und zwar hier habe ich ein loch reingemacht in dem becher kann es euch vielleicht auch noch mal kurz zeigen weil auch interessant also versucht nicht von außen ich habe ein bisschen bleistift gemacht da biegt es zu arg aber von innen ich hoffe ihr könnt es sehen von innen der war gut genau vorführeffekt von innen könnt ihr schön loch durchmachen ja das war wieder der vorführeffekt ok aber da ist ein kleines loch drin weil ich jetzt ganz feine streifen eigentlich nur drüber ziehen möchte ich fange jetzt einfach mal mit dem blauen mischen wir ein bisschen mehr wobei wobei eigentlich kupfer 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 ja komm egal kupfer das sollte nicht passieren grün grün habe ich genug mache vielleicht hier bin ich gelb ein schön das hat mir jetzt das neppes hier noch nach oben gebracht so jetzt schauen wir mal ob es funktioniert so wie ich mir das vorstelle oder ob es nur tropft aha seht ihr das loch etwas größer machen dann dürfte es besser funktionieren als ihr seht ich mache es für euch oder mit euch auch immer das erste mal ich habe leider nicht die zeit dazu hier fünf bilder vor zu üben und ein perfektes bild zu zeigen aber gut ok loch größer gemacht nächster versuch jetzt ich möchte jetzt auch nicht zu viel machen aber seht ihr was so ein geiles schönes muster gibt nicht zu schnell ich glaube das reicht schon genial ok komm wir machen wo ist das loch wo ist das loch ja crazy ok ich wollte jetzt vielleicht noch was mit silikon machen aber ich glaube ich lasse das so also seht ihr dürft nicht zu schnell fahren sonst hab das oben gemischt mit mich tauchen aber wie langsam ihr erfahrt ok besser 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 ich würde sagen jetzt hoffen wir dass es so bleibt kann ja jetzt noch ein bisschen spielen komm ich nehme jetzt noch mal das stäbchen das habt ihr ja auch immer zur hand und da was euch vielleicht noch nicht so gefällt und da was euch vielleicht noch nicht so gefällt einfach ein bisschen ausziehen einfach ein bisschen ausziehen einfach ein bisschen ausziehen viel gefühl aber ich finde es im großen und ganzen mega ja ich glaube das lasse ich so das lasse ich so schnell und billig ne cool wenn das wirklich so bleibt und nicht arg verläuft kommt das richtig geil ok ich würde sagen ich lasse es wieder kurz noch ein bisschen sacken und dann passt das und hier mit diesem blub 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 kommt auch nicht schlecht aber ich möchte nicht wieder viel zu viel machen wenn ich das noch mal hinbekommen würde dann habe ich nämlich hier was hier was vielleicht drehe ich mir das nochmal um mach das da auch noch rein weil das kommt richtig cool das schön langsam anfangen also da ruft ich fange dann ein bisschen von außen an das ist ok vielleicht auf dieser Seite noch was seht ihr wenn es toft ist nichts fange ich nochmal an also ein bisschen Übung natürlich wie bei allem okidoki ich denke das passt gut ich lasse es mal kurz einwirken sich ein bisschen setzen und dann würde ich sagen bis gleich von nahem so freunde jetzt mal von nahem ich hoffe es blendet nicht so wie im licht aber jetzt schaut euch mal die strukturen an mega oder mega oder ich hoffe das bleibt auch so ich hoffe das bleibt auch so ich hoffe das bleibt auch so ich hoffe es hat sich getrocknet bis ich dann das video einstelle schau mal ich denke mal es ist getrocknet bis ich dann das video einstelle dann ist es auch getrocknet und ich hoffe es hat sich nicht viel verändert dann ist alles gut also cool dann wünsche ich euch was bis zum nächsten mal schreibt mir in die kommentare auch wegen dem algorithmus schau die videos vielleicht auch mal ganz an nicht so schnell überspringen ich weiß manchmal ist es langweilig aber ja ihr hilft mir dabei so als kleines dankeschön am rande ok dann wünsche ich euch was bis dann tschüss tschüss